Hallo zusammen und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Wir sind hier in der Nähe vom Hubschrauber. Ein Platz, wo er abgestürzt sein kann, wenn er ins Meer fliegt. Und zwar gibt es hier ein Outfit für Virginia. Das Camouflage-Outfit. Genau. Jetzt zeige ich euch das nochmal kurz. Ja, hier schaut es aus. Genau, hier weiter oben. Hier ist meine Basis, also das ist quasi Norden. Wenn ihr auf die Karte schaut, diese Bucht, dieser Strandabschnitt. Einmal außenrum um den Strand. Und hier sind diese mehreren Höhlen, wo man abstürzt, wenn man ins Wasser fällt. Und dort in diesem Kanu liegt es. Haben wir da sonst noch irgendwas? Na, hier ist nur Müll. Okay. Genau. So schaut es aus hier. Alles klar. Moment, da haben wir auch noch was. Was könnten wir hier noch haben? Hier ist nichts mehr. Okay. Aber das dürft ihr ja dann eigentlich finden. Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao und Servus. Dann schauen wir uns HERE. Vielen Dank.